So und damit hallo und herzlich willkommen zurück und ja wir haben es ja gestern geschafft endlich diese Station zu zerlegen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie die ganzen Sachen finden, die ich konnte es jetzt nicht aufnehmen. Achja, wir müssen das erstmal zurückbringen. Die würden wir noch so benötigen. Ich hoffe ja, dass irgendwo noch was drin ist. Das Geschütz könnte es vielleicht sein, habe ich gerade überlegt. Ja, so gucken wir mal, was wir hier noch haben, was wir da zusammenlegen können. Oh, wir haben ein paar Raketen sehe ich gerade. Ist ja gut. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Genau, das kann damit hin. Das hier vielleicht auch? Ne. Das hier? Auch nicht. Und testen wir das mal bei dem anderen. Wir hatten doch hier, achso. Genau, ups. Ups. Hier haben wir doch was drinne. Ah, Mist, ja wir haben nicht genügend Platz. Ist ja echt doof. Hm. Ja, ich habe jetzt aber auch nichts dabei, dass ich halt eben mal so einen kleinen Frachtcontainer basteln könnte. So, komm. Nehmen wir erstmal das hier auseinander alles. Dann hier hoch. Also das mit diesem, ähm, mit dem Raketenrucksack, das ist so ein bisschen doof, finde ich ehrlich gesagt. Gibt es ja nicht mal irgendwo diesen Sprengkörper? Ich dachte. Ups. Ja, oder auch nicht. So. Oh, was ist da drinne gewesen? Verdammt. Oh, Gold. Ne, Satium. Ah. Super, genau das, was wir brauchen. Das ist ja toll. Mal gucken, ob das vielleicht ausreicht. Dann bringen wir das mal weg. Das wäre natürlich super toll, wenn das jetzt ausrechnen würde. Ich glaube, das war jetzt noch nicht so dran, aber... Vielleicht. So. Das mit den Satium-Baren wäre ja... Ja, wobei, ich glaube, wir brauchen mehr als das. Ähm, so, gucken wir mal, was wir hier noch mit reinkriegen. Na, okay, mehr nicht. Warte, warte, doch, das hier. Ja. Ne, das auch nicht. So. Warte mal, das habe ich doch bei dem anderen drinne. Dann kann ich das doch da drüben mit reinpacken. Und ich glaube, das auch. Das wäre natürlich toll. So, warte, das hier noch mit rein. Achso, mir... Ah. Mehr geht auf einmal nicht. Okay. Macht irgendwie Sinn, ne? Mist. Ja, das kann eigentlich weggeworfen werden hier. Können wir da eher was anderes reinpacken. Warte mal, das geht für... Frachtboxen. Das ist doch super. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Ach, Mist. Ich hasse das mit dem Jackpack. Also, das ist echt doof gemacht, dass man so hoch springen kann, aber... Ähm... Ja, irgendwie ist das ein bisschen doof gelöst, finde ich. So, dann nehmen wir hier die große Frachtbox, würde ich sagen. Vielleicht die irgendwie kippen. Ja, machen wir das so. Das sieht ganz gut aus. Dann kann ich jetzt alles reinpacken. Sauber. Warte mal, das ist hier... Lackierpistole, Raketen... Nein, das behalten wir. Ah, halt, Gewehrpatrone brauche ich auch. Sehr schön. Das sieht gut aus. Dann kann ich alles andere mitnehmen. Ah. Ah. Ja, Mann, gut, dass man alles solche schönen Sachen hier halt finden kann, ne? Okay. Ah, nehmen wir auch mit. So, hier war doch irgendwo was, genau. Das da. Haben wir die schon geplündert? Okay, anscheinend schon. Okay. So, dann das hier alles noch mit weg. Das hier auch bitte noch alles. Super. Jetzt müsste ich dann eigentlich nach oben. Okay, dann machen wir uns eine eigene Treppe. So. Zum Glück geht das. Na, komm schon. Sauber. Dann wieder nach oben, würde ich sagen. Geht ja schön schnell mit dem Ding. Okay, jetzt sind wir schon gleich drin. Und nochmal... Oh, der kommt schon. Ich gehe jetzt irgendwie an der Kante fest hier. Doof. Ach, sehr gut. So. Dann das auseinandernehmen. Also alles, was irgendwie wertvoll aussieht, nehmen wir mit. Wie gesagt, ich bin in meiner Oma, da ist noch so ein Sprengkopf bei der letzten Basis, wo wir das gemacht haben. Deshalb gucken wir mal, ob wir das hier auch finden. So, ups, das wäre das. Ach, nur so ein Asteroidensturm. Okay. Ich dachte schon, wir werden angegriffen. Naja, da können wir so nicht... Oh, ne? Ja, war klar. Ich bin der Meinung, da oben ist irgendwie diese Sprengkapsel drin. Hallo, könntest du bitte... Danke. Na. Ja, genau, hier ist es. Alles vollgepackt mit explosiven Gedöns. Aha. Ich weiß gar nicht, wenn man das trifft. Wir müssen mal gucken, wenn wir das nächste Mal so eins sehen und wir das dann beschießen, was dann passiert. Würde mich mal interessieren. Muss man mal machen. Es gibt nur Stahlplatten, das ist interessant. Ja gut, wenn es nur Stahlplatten gibt, dann können wir das auch zerstören. Wir müssen übrigens auch einen Platz machen, dass wir es auch treffen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn mein... Da ist der Bodengleiter, muss man hier in den Sichtbereich frei schaufeln. Dass wir das auch treffen können. Das würde mich jetzt mal interessieren, was dann passiert. Okay, das sieht gut aus. Und hinunter. Sauber. So, hinein. Und dann mal schießen. Nein, nicht das. So. Wo ist es? Genau, Zugriff. Und was passiert? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Ja, super. Naja, also so richtig super ist das jetzt nicht unbedingt, ne? Ne. So, dann nehmen wir noch diese Sachen hier auseinander außen. Vielleicht haben wir da noch was Vernünftiges drin, ne? Da ist noch ein Energiebehälter. Ah, da ist sogar noch was drin. Ja, viel Deko und das bringt natürlich nicht unbedingt was, aber... Wir gucken trotzdem mal. So, na komm, lass mich hoch. Ups. Warum? Achso, hier ist was im Weg. Autsch. So. Hm, okay. Alles mögliche dabei, aber nichts, was ich gebrauchen kann. So. Ups, was ist hier los? Na ja, würde ich sagen, drehen wir erstmal um. Gucken zurück und hoffen, dass wir jetzt vielleicht genügend haben. Ja, wir brauchen halt... Ja, jetzt bin ich überlegen. Eigentlich brauchen wir nur noch erstmal vorsichtshalber ein Triebwerk, mit dem wir bremsen können. Das wäre schon mal was. Aber es ist einfacher gesagt als getan, ne? Ja, das ist das Problem. So. Ich muss die ganze Zeit hier so meine Finger auseinander spreizen und... vorwärts und O zusammengedrückt halten, weil ansonsten das nicht so will, wie es soll. Warum ist denn das hier markiert mit Spaceport? Achso, weil wir... Doch, 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 das kann sein. Das hatte ich ja markiert. So. So, hier sieht es ja ganz ruhig aus. Und würde ich sagen, machen wir hier eine kleine... Oh, Spinne. Machen wir hier eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker. Vielen Dank.